Dass ihr alle da seid, herzlich willkommen zu diesem Spiel in der Allianz Arena. Alle Roten, die Fans des FC Bayern München! Und hier ist die Mannschaftsaufstellung des FC Bayern im Tor mit der Nummer aus unserem Kapitän Manuel! Und hier ist die Mannschaftsaufstellung des FC Bayern im Tor mit der Nummer 6 mit der 10 Philippe, die 17 Jerome, mit der 19 Alfonso, die 22 Serge, mit der 25 Thomas, die 27 David, mit der 32 Joshua, die 35 Joshua! Einwächsenspieler für das Tor mit der Nummer 26 Schweden! Mit der 2 Alvaro, die 8 Kami, mit der 11 Mikkel, die 16 Leon, dann mit der 18 Leon, die 21 Lukas und Blasbon-Hotten ist unsere Nummer 24 Koko! Und mit dem Bescheid unseres Trainergespanns, ihr Tiger, der Assistent Hermann Gerland und unser Schiffträder Hansi Lieb! Und hier ist die Mannschaftsaufstellung des FC Bayern im Tor mit der 19